Musik Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, mal wieder pünktlich um 14 Uhr. Egal wo ihr seid, schnallt euch jetzt erstmal an. Denn heute gibt es wieder paar goofy Memes, die ich gefunden habe, während ich auf der Toilette saß. Und bleibt unbedingt bis zum Ende. Vertraut mir, es wird sich lohnen. Denn hier gibt es heute alles von absolut kranken Spielen mit den Jungs bis hin zu gottlosen Aktionen. Ja, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum und starten auch direkt rein. Ich sitze so seit Stunden zu Hause und frage mich eigentlich, wo mein Paket ist. Währenddessen macht der Postbote das. Junge, was soll das? Die Leute warten wirklich auf ihre Pakete. Und währenddessen macht der Typ da Donuts. Normalster erster Arbeitstag. Ach ja, und mal wieder großes Danke an alle von euch, die meine Instagram DMs täglich fluten. Kuss geht raus an Leute, die mir sowas schicken. Vielen Dank man, wirklich für deinen informativen Beitrag zum Video. Aber wenn ihr mir sowas schickt, ist immer noch besser, als wenn ihr mir irgendeine Sch*** schreibt. Im letzten Video hatte ich mal kurz erwähnt, dass iPhone besser als Android ist. Und direkt ist jemand so richtig sauer. Android ist besser als iPhone. Wenn du ein billig Android mit einem neueren iPhone vergleichst, ist es logisch besser. Aber wenn du einen neueren Android mit einem neuen iPhone vergleichst, ist Android besser. Okay, cool, danke. Interessiert mich nicht. iPhone ist trotzdem besser. Oh na. Das kann ich gut enden. Die Wassermelone ist kurz davor zu explodieren wie eine Atombombe. Und der chillt da einfach ein Meter davor in aller Ruhe. Ach du Scheiße. Geht's dem gut? Lebt er noch? Kleiner Disclaimer. Natürlich geht's ihm gut. Dieses Experiment war nur für Bildungszwecke und Aufklärung gedacht. Die Wassermelone hatte persönliches Problem mit dem Bruder. Die hatte gar keinen Bock für sowas genutzt zu werden. Alle ihre Brüder und Schwestern sind schön, so wie es sein soll, auf einem nicen Früchteteller gelandet. Und sie muss so eine Kacke durchmachen. Wassermelone 1. Typ 0. Dings, mein Opa wollte letztens unbedingt zeigen, dass er auch was trinken kann, wenn er die Pressluftmaschine in der Hand hält. Naja, das will ich jetzt mal sehen. Yo, hat nicht geklappt, wie ich sehe. Komplett reingekackt und am Ende noch schön die Flasche weggehauen. So, ach komm, weg mit dem Dreck hier. Aber was ging eigentlich jetzt genau in den letzten paar Sekunden ab? Wow, 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 wow. Das ist mir ein bisschen zu sass. Was macht der da? Ich glaube, er hat das auch direkt gecheckt, wohin das führt. Deswegen hat er auch sofort abgebrochen. Puh, saved. Nochmal Glück gehabt. Wie eigentlich schon jeder wissen sollte, sind die Schultoiletten der Ort, an dem die schlimmsten und weirdesten Dinge passieren. Und ich kann wirklich die Leute verstehen, die sich so denken, na, ich halte jetzt einfach noch ein paar Stunden aus und gehe dann einfach zu Hause aufs Klo. Weil man läuft immer auf die Gefahr hinaus, dass dort, ganz zufällig heute, genau in dem Moment, wo du aufs Klo willst, ein kleiner Butschi eine Bombe versteckt haben könnte oder so. Oder so jemand wie der hier im Nebenraum ist. Karmerschelle vom Feinsten. Das ging so hier. Pass auf, hört ihr? Boom. Wieso versucht er auch eine Dose runterzuspülen? Äh, der Loser hat sich einfach selber nass gemacht mit diesem ekelhaften Toilettenwasser. Bah! Das ist die Demütigung schlechthin. Du kannst dich doch danach nicht einfach wieder in die Klasse setzen, nachdem das passiert ist. Stell dir vor, du begegnest dein Crush so auf dem Weg wieder zurück, so richtig ekelhaft durchnässt und du stinkst nach Scheiße. Bah! Aber verdient. Er hat wirklich jeden einzelnen Tropfen Wasser davon verdient. Okay, wer beim nächsten Clip lacht, ist gottlos. Also wirklich gottlos. This is damaged to the front end of your car, which hit his car in the rear. Oh mein Gott. Ich hab auf jeden Fall nicht gelacht, weil das war echt ekelhaft. Wieso macht sie das? Sie hat kurz ihre inneren Gedanken gewinnen lassen. Ich muss das nochmal sehen. Alter. Alter. Die ist doch Anwalt oder nicht? Wie kommt sie darauf, sowas zu machen? Oh mein Gott, Bro. Hell no, man. Na, das ist wirklich ehrenlos. Aber auch ein bisschen witzig. So ein ganz klein bisschen witzig. Naja, ich hab ja zum Glück nicht gelacht. Aber ich weiß, ein paar von euch haben safe gelacht. Erstens, ekelhaft. Ihr solltet euch schämen. Und zweitens, wisst ihr, was passiert mit denen, die über sowas lachen? Für die gibt es nur eine gerechte Strafe. Und zwar... Die rotierende Scheibe der verdammten Verdammnis mit Wasserballons abschmeißen. Den Namen hab ich mir grad selber ausgedacht. Wie findet ihr? Wer auch immer auf diese Idee kam, ist wirklich ein Teufel. Uff. Direkt Volltreffer beim ersten Wurf. Oh, Sch***. Leider endet das Video hier. Aber, ähm, ja. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Der konnte gleich noch bisschen Gras und Boden küssen, nachdem er die Wasserbomben abbekommen hat. Geiles Spiel. Ich werd mir sowas abspeichern und irgendwann mal mit den Homies machen. Ich bete zu Gott, dass ich nicht dort in der Mitte lande. Okay, ich merke schon, das Video driftet gerade in die ehrenlose und gottlose Richtung ab. Und wisst ihr, was eigentlich genauso ehrenlos ist? 50% von allen Zuschauern, die die Videos sehen haben, nicht abonniert? Ähm, ja, okay, gut. Ist eure Entscheidung, ne? Selbst schuld, wenn ihr euch zu fein seid, zu abonnieren. Als kleines Beispiel. Das hier war Felix, bevor er abonniert hat. Und das war Felix zwei Tage, nachdem er abonniert hat. Aber, naja, müsst ihr wissen, ob ihr jetzt abonniert oder nicht. Neulich auf dem Lucio 101 Konzert ging das hier ab. Lucio! Oh no. Ganzes Konzert zerstört. Bro, gibt's hier zufällig einen Priester auf dem Konzert, der mal kurz einen Exorzismus durchführen kann bei ihr? Weil das klingt echt nicht gesund. Ich mach mir wirklich Gedanken. Würde ich auch nur in der Nähe von ihr stehen? Ich glaub, ich würd nach zwei Songs nach Hause gehen. Sch*** auf das Konzert. Kein Bock, sowas gibt sich doch niemand freiwillig. Diese Leute sollten Konzertverbot bekommen. Wieso kann sie nicht einfach das Konzert genießen, wie ein normaler Mensch? Ach, naja, wie auch immer. Kennt ihr diese Streetart-Leute, die so Menschen zeichnen auf eine coole und lustige Art und Weise? Ich kann euch so viel sagen. Die im nächsten Video hat's echt mies erwischt. Ach du Scheiße! Das ist keine Kunst mehr. Das ist ein persönlicher Angriff. Stell dir vor, du willst so ein süßes Bild mit deinem Freund gemalt bekommen. Du sitzt da so halbe Stunde und du denkst dir so, oh mein Gott, das wird das schönste Bild. Das wird so süß, so romantisch aussehen. Und der nimmt dich einfach so richtig auseinander und zerstört dein komplettes Selbstbewusstsein. Ja, der Typ geht noch fit. Oh Mann, dieses Lachen ist so gezwungen. Die Arme wusste nicht, wie sie reagieren soll. Und musste wirklich mit aller Kraft ihre Tränen zurückhalten. Sie wird sich auch nie wieder davon erholen. F. Dickes F in die Kommentare für sie. Hier werden wir Augenzeugen von einem epischen Tanzbattle in der Schule. Und der Bruder hier killt wirklich mit seinen Moves. Wer kennt ihn nicht? Den guten Ich-bin-tot-Move. Junge, was hat da geknackt? Also eins muss man ihm lassen. Er hat auf jeden Fall einen Überraschungseffekt gehabt. Er kam wirklich unerwartet. Also so richtig unerwartet. Ich muss den anderen nicht mal sehen und ich weiß, er hat gewonnen. 2024 wird es fliegende Autos geben. 2024? Auf jeden Fall, die Cloud-Ladekabel haben wir noch rum. Hast du das gesehen? Die Cloud-Ladekabel haben wir noch rum. Auf jeden Fall, die Cloud-Ladekabel haben wir noch rum. Hast du das gesehen? Du kleine Sch***-Mutter. Pass mal auf, wie du redest. Pass mal auf, wie du redest. Pass mal auf, wie du redest. Oha. Oh. Pass mal auf, wie du redest. Okay, was hab ich verpasst, dass das jetzt so eskaliert ist? Willkommen in Frankfurt. In was für einer Lage befinden wir uns hier eigentlich? Die machen ne Pressekonferenz, weil die sich sowieso bald boxen wollen und jetzt beleidigen die sich so. Pass mal auf, wie du redest. Pass mal auf, wie du redest. Pass mal auf, wie du redest. Oha. Pass mal auf, wie du redest. Pass mal auf, wie du redest. Die Menschheit ist echt am Arsch. Kennt ihr diese Tage, wo euch einfach nur alles abf***t? So, egal was passiert, alles macht euch sauer. Ich fühl mich da immer genauso wie hier. Real Talk, genau sowas will ich dann auch immer machen. Ich will die Wandboxen, die Türboxen, alles zerschlagen, nur weil mich irgendetwas Kleines gestört hat. Trying to fart quietly on a rollercoaster. Oh nein, ich erwarte Schlimmes. Warum, warum versuchst du das überhaupt? Was hat das für einen Zweck? Bro, wieso? Wieso hast du das getan, Mann? Die armen Leute, die da neben dir saßen. Vor allem der eine Typ hat es auch noch gecheckt und hat geschrien. Oh, someone just farted. Bah, wie ekelhaft. Der wollte nur mit seiner Familie in den Freizeitpark auf die Achterbahn. Und dann sitzt da einfach jemand, der das Ding voll furzt. Na, das ist echt gottlos, Bro. Okay, stellt euch mal vor, ihr seid gerade so mit der Bahn in den Niederlanden unterwegs. Und auf einmal sitzt dieser Typ gegenüber von euch. Er hat sein Handy mit Klapphülle in der Hand. Und jetzt schaut mal bitte, was er sich darauf reinzieht. Bro, what the f? Der zoomt da nicht wirklich auf den Arsch von einem Basketballplayer, oder? Oh doch, er macht es. Bro, what the f? Wieso in dem Zug? Wieso machst du es so öffentlich, da wo es jeder sehen kann? Na, der Opa ist crazy drauf. Was geht jetzt ab? Der wurde auch einfach gebastet in 4K. Er wollte es schön heimlich machen, aber... Nein, nein, nein. Und ich habe ja auch gleich die nächsten Personen, die gebastet wurden. Und damit habe auch ich nicht gerechnet, dass ich das heute noch sehen werde. Oh mein Gott. Einfach das echte Fake-Taxi da schön am Straßenrand am Park, ne? Und der Brä da hinten? Naja. Zudem brauche ich jetzt wohl nichts sagen, warum der kein T-Shirt anhat, oder? Yo, das ist crazy. Das bedeutet, die sind real und machen das einfach wirklich am Straßenrand. Bro, das ist crazy. Das ist wirklich verrückt. Die wurden auf jeden Fall erwischt. Und ich weiß, wer auch noch erwischt wurde. Dieser kleine Typ hier. Sein großer Bruder filmt es gerade, wie seine Mom sein Paket auspackt. Und der hat sich, naja, eine kleine Wasserpfeife, eine Blumenvase bestellt. Und wollte es verheimlichen vor der Mutter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Dann gib es mir, lass mich sehen, was es ist. Ich versuche, was es ist. Es sieht nur wie eine große, große, große Basse. Schau. Es ist wie eine Glasbottel. Es ist wie eine Basse. Ich will es öffnen. Ich öffne es. Ich öffne es, chill. Es sieht nur wie eine Basse. Ja, 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 eine Glasbottel, eine Basse. Ich sage doch, das ist nur eine Vase. Bunch of, like, Dinge. Es ist ein BOM. What the frick? What the frick? Yo, die schauspielerische Leistung ist echt on top, Mann, von dir. Man merkt gar nicht, dass du lügst. It's a bomb. What the heck? I didn't order that. I ordered an Xbox-Karte. Ja, ja, natürlich hast du das nicht bestellt, ne? Du hast deine Xbox-Karte bestellt. Safe. Die haben dir das aus Versehen geliefert. Deine Mom wird das bestimmt glauben. Der Kleine ist so am Arsch. Alright. Xbox-Remote. This is a bomb. Oh, wow. I did not order that. Yeah, yeah, yeah. For sure, for sure. Du hast das Safe nicht geordert, ne? Hast du nicht bestellt. Der große Bruder hinter der Kamera auch die ganze Zeit nur so. Ja, also hier würde ich echt mal sagen, der hat echt mies reingestellt, Mann. Was für ein ungünstiger Zeitpunkt. Es wäre alles gut gelaufen, wäre das Paket gekommen, wenn seine Mom nicht da wäre. Aber natürlich musste sie es annehmen und ihn so auseinandernehmen. Und wisst ihr, was ihr auseinandernehmen solltet? Den Like-Button. Meine Damen und Herren, ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.